Awe YouTube, wir spielen heute eine Runde Happy Wheels. Das ist ein Spiel, das wurde mir von einem guten Freund empfohlen. Dafür danke Kategorajoru. Und wie man an diesen enthusiastisch aussehenden älteren Herren sehen kann, muss das ein Spiel sein, das einfach Hammer ist, vorne und hinten. Leider ohne Sound und Musik. Bevor ich jetzt lange rumlabere, gehe ich einfach mal gleich rein. Wir können jetzt einen von diesen drei Kursen aussuchen. Es gibt noch mehr sogar, dazu schon später. Nehmen wir auch mal den ersten. So, jetzt können wir uns einen dieser vier Menschen aussuchen. Entweder den schon im Titelbildschirm gesehenen älteren Herren, den erfolgreichen schmucken Geschäftsmann mit seinem Rolli. Ich möchte auch so einen Teil haben, ich finde die Dinger geil. Den liebevollen Vater mit Kind. Den finde ich eigentlich fast am besten, weil... Naja, dazu später mehr. Und die Stereotype amerikanische Hausfrau mit ihrem Einkaufswagen. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus an alle Stereotypen Hausfrauen aus Amerika, die nicht so aussehen. Ich beginne mal mit dem schmucken, erfolgreichen Geschäftsmann hier. Und so, man kann sich vor, zurück bewegen. Man kann sich nach vorne und nach hinten neigen. Man kann, je nachdem welches Gefährt man hat, kann man besondere Sachen. Der hier kann zum Beispiel springen. Ziel des Spiels ist es, ans Ende des Parcours zu kommen, ohne zu sterben. Zum Beispiel jetzt hinter mir sind zwei Landminen. Fahren wir mal drauf. Ich habe jetzt beide Beine verloren. Das ist okay. Das macht wirklich nichts. Man kann dann weiterfahren. Jetzt hat er noch... Ihr seht schon, das ist ein Spiel, das großen Unterhaltungswert hat. Naja, solange der Kopf dran ist, ist es scheißegal, was mit dem passiert. Okay. Der Kopf ist noch dran, also alles cool. Ne, ist echt super so. Ach, fuck. Okay, nochmal. Von vorne. So. Naja. Wups, das war dumm. Ein Stück verstellt, die Kamera. Ähm. So. Na, seht ihr? Safety first. Der Helm hat ihn beschützt. Hat seinen Kopf und seinen Körper davor beschützt, großen Schaden zu nehmen. Aber seine Schuhe haben seine Beine nicht davor beschützt, großen Schaden zu nehmen. So, durch damit, durch damit. Ah, ich schaffe es, ich schaffe es. Bäm. Bäm. Na komm. Victory. Wunderbar. Ah, wunderbar. So, die anderen beiden Level sind eigentlich recht scheiße, wie ich finde. Wobei, äh, Happy Green Hills ist okay. Dann nehme ich jetzt mal den liebevollen Vater hier. Na, mach, 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 hinne. Ja, also. Äh, wie ihr seht, ist hinter mir schon eine... Landmine? Oh, ich hab' ich gesehen, wie's das Kind zerfetzt hat. Warte, 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 das machen wir gleich nochmal. Okay. Ähm, so. Stück zurück, Stück zurück, Stück zurück. Bäm! Es wird so voll weggelaunched, ey. Okay. Okay, das war, das war, das war, das war sehr witzig. Okay. Probieren wir mal bis ans Ende zu kommen. Yeah! Ich weiß gerade gar nicht... Ach ja, ähm, wenn man bei dem... Seine Besonderheit ist, dass er eine Bremse hat. Na, komm, weiter, weiter. Erstmal durch die dunkle Höhle. Dann kommt hier so ein Mühlending, mühlenartiges Gedenks. Komm, lass dich nicht davon aufhalten. Das war nur das Bein deines Kindes. Ah, okay, dann muss ich jetzt mal kurz warten. Ich find's klasse, wie das Kind sein eigenes Bein in der Fresse hat. Langweilig. Okay. Geht aber auch schon weiter. Nee. Ich hab das Kind nur von seinem Leiden befreit, indem ich ihm das Bein ganz abgenommen hab. Aber ich find's klasse, wie so, ey, ist halt aufgehört zu bluten, wie scheiß ist das denn? Ich glaub, ich werd später noch ein bisschen unfittingen Music dazu rein spielen. Nein, 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 nein. Boah, boah. Pfff. So weit war ich, glaub ich, noch nie in dem Level. Na, wo ist das Ziel, wo ist das Ziel? Ich will zum Ziel. Noom. Ja, ich hab's geschafft, Tatsache. Victory, stirb. Boah, geil. Äh, hier bei Bros Levels kann man noch weitere Level, wenn ich das richtig gesehen hab, machen. Äh, nehmen wir mal die mit 5 Sternen bewerteten. Nehmen wir jetzt mal mal die Stereotype amerikanische House. Das ist ein schöner Level-Beginn, wie ich finde. Aber man kann ja, ja, man kommt, man kommt voran. Ja, das ist okay so. Also ich find das Level-Design bis jetzt... Boah, nein, wie genial, wie genial ist denn das Level? Scheiße. Okay, ich muss scheinbar irgendwie da runterkommen, ohne allzu sehr zu sterben. Das machen wir gleich nochmal, das machen wir gleich nochmal. Okay. 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 Komm, komm, komm. Komm, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Und jetzt... Nein, 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 du lebst noch, du lebst noch. Das finde ich gut, das finde ich gut. Ach du Scheiße, ist das ein geniales Drecksspiel. Einmal noch, einmal noch. Och, ja, komm, komm, das kann nicht schaden, kann nicht schaden. Was soll schon schief gehen? Nein, nein, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Okay, dreh's dich. Aber nicht so, wie ich's wollte. Zumindest im falschen Zeitpunkt. Es ist einfach viel zu geil anzuschauen. Dass das, was ich weglegen könnte. Okay, das war nice. Zurück. Was hat noch fünf Sterne? Das ist gleich drunter. A whole lot of pain 2. Das klingt schon so, als könnte es nur gut sein. Okay. Der Alte hier... Kam da gerade in die Landline von hinten geflogen. Okay, der Alte hier hat ein Jetpack. Oder nicht Jetpack, aber hat einen Raketenantrieb. Okay, komm, komm, komm. Das ist nie passiert. So, so, weiter, weiter. Vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig, nein, 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 nein. Jetzt aber, jetzt aber. Nein. Nein, du, dich. Ich hatte sowas. Ich hatte sowas. Wie geht's weiter? Na, 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 na. Da war ich ja schon zu... Gott, ist das ein Dreckslevel, Alter. Ah, so. Nächstes Level. Hier, Killer Air Dome 1. Das klingt auch so, als könnte es nur gut sein. Ich wette, der stirbt, wenn er aufkommt. Aber sowas von... Nein, 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 nein. Darum also Air Dome. Aber guck mal, er kann auch hier dancen. Yeah. Okay. Der Level gefällt mir nicht. Das Level gefällt mir nicht. Das ist nicht so schön. Da war Spike Traps 2 doch besser. Fünf Sterne Bewertung. Two Wands, one old man, one. Das klingt schon so wie two girls, one cup. Nein. Wie gehen die... Was zur Hölle? Was zur Hölle? Warum müssen... Ah, da ist das Ziel. Warum müssen die Level immer so losgehen? Nein, nein, nein. Wow, 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 wow. Nein. Der hat... Er lebt noch, er lebt noch. Komm, 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 komm. Komm, komm. Das muss auch das Ziel sein. Nein, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. Ficken. Ich glaube, das hat er überlebt. Boah, Alter. Zu genial. Na, schneller. So, weiter runter. 4,5. Reicht uns 4,5? Warum nicht? Rape Surgery. Okay, jetzt hat das Wort Rape drin. Das muss genial sein. Nein, klasse, klasse. Okay, das Video wird mir dann wahrscheinlich gesperrt wegen Nudity. Aber, naja, ist ja nicht so schlimm. Oh ja, ich besteig das Ding, ich besteig das Ding. Alter. Krank. Krank. Es trifft sich da nicht perfekt, dass ich ein Kleinkind auf dem Wagen habe. Na, na. Nein. Du Misting. Ich würde auch nur wissen, was da... Okay, mein Kind hat es noch zerfetzt. Das war gut. Keine guten Level mehr? Oh, das ist ja eine Frechheit. Dann machen wir mal weiter mit den 4-Sterne-Level. 4,1 Viertel. Ah, Free Stuff. Oh, ich habe wieder den. Fahrradfahrer. Ja, das sieht doch bis jetzt ganz passabel aus, würde ich sagen. Yay! Was war das? Wow. Das war ein bisschen langweilig bis jetzt. Gab jetzt noch keine Möglichkeit, wo ich richtig hätte sterben können, außer vielleicht in der Luft. Hallo? Langweiliges Level? Jetzt aber. Jetzt muss aber irgendwas passieren. Jetzt muss aber irgendwas passieren. Nein, 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 nein. Komm, komm. Ja, das Kind ist tot. Das ist okay. Nein. 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 So was darf nicht passieren. Scheiße. Nech. So, drei Minuten haben wir noch für lustige kleine Spielchen. Mehr Zeit will ich damit auch überhaupt nicht verbringen. Mal ganz ehrlich. 3,6 ist an mir reichen. See ya at the bottom. Ich glaube, ich werde sie sofort fallen. Oh ja, okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was war denn der Dreck? Na, 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 na. Ich kann noch was machen. Ich kann noch was machen. Ignoriere meine Eingeweide. Da war das Ziel. Na, komm, komm. Ja, wie ich es halt geschafft habe, oder? Ich würde es mal als klaren Sieg verbuchen. Landmine. Ich will auf die andere Landmine fallen. Was zur Hölle ist das denn? Okay. Ach, was haben die Leute dabei geraucht, als sie dieses Spiel entwickelt haben? Hat man das schon? To the city and back. Okay. Oh, habe ich ja das Bildschirm verrutscht. Ach. Fuh, fuh. Joa. 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 Na, ist doch, ist doch. Das probiere ich jetzt nochmal. Das hat mich jetzt angekotzt. Na, 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 na. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Na, das war nur das Kind. Das Kind ist okay, wenn das... Scheiße. Ah, Glück gehabt. So, 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 so. Pff, 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 pff. Was war das? Pff, 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 pff. Was war das? Oh, Gott, ey. So. Ah, ich muss auch von den scheiß Bildschirms verrutschen. Escape work klingt auch ganz Nice Oh, schön, schön Das gefällt mir Oh Gott, ich komm nicht drüber Ich komm nicht drüber Fuck Noch einmal, noch einmal Dann ist es fertig mit der Folge hier Noch einmal Oder? Nein, eigentlich nicht, aber Okay, scheiß drauf Das war's mit dem Unglaublich tollen Flash Game Happy Wheels Bis zum nächsten Mal, ciao